Hallo, hier möchte ich euch mal erklären, wie man mit JavaScript und Google Apps Script ein solches Formular hier programmieren kann. Und zwar geht es dabei darum, es gibt eine fiktive Konzertfotografieagentur und die Fotografen, die zu den Konzerten gehen, können hierüber ihre Fotos an die Agentur weiter schicken. Natürlich könnte man das auch einfach per E-Mail machen, aber das Problem ist, dann hat die Agentur einen weiteren Arbeitsschritt, nämlich muss die von dem E-Mail-Posteingang dann die Fotos weiter verschieben. Und was hier passiert, ist, dass, das werden wir gleich sehen, die Fotos direkt im Google Drive der Agentur landen. Das heißt, die muss halt einen Google Account haben, um das alles zu erstellen. Das läuft ja alles über Google Apps Script in Google Drive. Die Fotografen selbst brauchen aber keinen Google Account. Das ist ein öffentliches Formular hier. Das Einzige, was man braucht, ist das Passwort. Und das heißt, das ist sozusagen so ein bisschen, ja, anwenderfreundlicher. Und es ist auch besser als zum Beispiel Retransfer, weil da ist es ja so, dass man erstmal das Foto oder die Fotos hochladen muss. Dann muss man warten, dann muss man den Link an die, ja in diesem Fall die Agentur schicken. Dann muss die die Fotos wieder runterladen und dann muss die wiederum die Fotos an den richtigen Ort schicken. Also das sind einfach mehrere Verarbeitungsschritte, die hier wegfallen. Wenn man das Skript richtig einrichtet, dann sind die Fotos genau da, wo sie sein sollen. Und trotzdem müssen die Fotografen sich überhaupt gar nicht drum kümmern. Das ist für die, ja, sehr anwenderfreundlich. Ich zeige das mal. Also wenn man das Passwort falsch eingibt, dann gibt es eine entsprechende Meldung. Wenn es richtig eingeht, kommt man hier weiter. Dann kann man hier den Namen eingeben. Ich gebe hier einfach mal so ein Konzert ein, was es für mich gab. Ich habe da auch schon Bilder mal vorbereitet. Und dann kann ich die hier hochladen. Und da gibt es eine entsprechende Statusanzeige. Und wenn das fertig ist, dann haben wir jetzt im Google Drive ein Ordner erstellt automatisch, beziehungsweise das Skript hat das für uns erstellt. Und hier finden sich die Fotos. Und im Titel können wir auch genau die Informationen einfach reinschreiben, die uns interessieren. Okay, dahinter steckt dieses Google Apps Script hier, beziehungsweise auch noch damals verknüpfte HTML, CSS und JavaScript Dateien. Und wir werden uns jetzt mal ein Detail anschauen, wie man das programmiert. Übrigens, das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel mit dieser Konzertfotografie. Das könnte natürlich auch ein Lehrer oder eine Lehrerin einrichten, damit die Schüler und Schülerinnen Hausaufgaben einrichten können online. Wenn das wie zur Zeit halt nicht möglich ist, physisch. Und auch hier ist es so, dass die Schüler und Schülerinnen überhaupt gar kein IT-Wissen haben müssen oder kein Account, sondern der Lehrer oder die Lehrerin kann das einmal einrichten, muss das Passwort mit den Schülern und Schülerinnen teilen und fertig. So, um das Ganze zu starten, loggen wir uns erst mal in den Google Account ein, in dem diese ganzen Fotos dann landen sollen. Und in dem vorherigen Video habe ich euch ja gezeigt, wie man so ein Google Apps Script zu einer Tabelle hinzufügen kann. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Dieses Skript arbeitet sozusagen eigenständig und ist zu keiner Tabelle oder keiner anderen Datei assoziiert. Das heißt, wir werden ein Skript neu schreiben müssen. Das geht hier bei Google Drive auf Neu, Mehr und dann Google Apps Script. Dann wird eine neue Datei erstellt und der gebe ich erst meinen Namen. Und ich erhöhe mal die Schriftgröße. Ja, vielleicht so. Okay. Und das Ganze soll ja in einem Order landen und den erstelle ich jetzt mal. Ich erstelle einen neuen Order, nenne ihn Upload der Fotos. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, dann sehe ich hier oben in der Adresszeile eine ganz lange ID. Und das ist die ID des Ordners. Die wird auch immer gleich bleiben, egal wie ich diesen Ordner nenne oder wohin ich ihn verschiebe. Und die ID werden wir brauchen. Das heißt, die speichere ich hier schon mal ab in meiner Google Apps Script Datei. Die Syntax ist sehr ähnlich zu JavaScript, bloß dass halt noch Dienste von Google, in diesem Fall brauchen wir Google Drive, hinzukommen. Und das kann ich ja gleich mal zeigen hier. Ich kann jetzt tatsächlich auf diesen Ordner zugreifen mit der Drive App. Drive App. Und dann werden mir hier schon verschiedene Methoden vorgeschlagen. In diesem Fall will ich hier einen Ordner bekommen. GetFolderById, genau, das brauchen wir. Und jetzt kann ich die ID da eintragen. So, also es gibt eine ausführliche Dokumentation. Wenn ich hier Google Apps Script Drive App eingebe, dann komme ich zu der entsprechenden Dokumentation von dieser Klasse mit allen ihren Methoden. Hier kann man runterscrollen oder auf die entsprechenden Methoden klicken. Und dann sieht man halt genau, ja, was es damit auf sich hat. Zum Beispiel GetFolderById. Get the folder with the given ID. Genau, genau das brauchen wir. Was wir zuerst mal machen sollten, wir loggen mal einfach diesen Folder. Und dann können wir nämlich diese Funktion hier ausführen. So, jetzt fragt uns Google, ob wir wirklich auf dieses Google Drive zugreifen möchten mit dem Skript. Also, ob wir das dem Skript erlauben möchten. Und weil das keine offizielle Google App ist, wird man hier mehrmals gefragt. Und, ja, es ist ein bisschen unheimlich, aber letztendlich hier steht er. Du weißt, also, wenn du genau weißt, was du mit diesem Skript hier machst, dann kannst du einfach hier zustimmen. So, und jetzt müsste eigentlich in der Konsole, genau, der Name des Ordners stehen. Die Konsole kann man mit STRG Enter öffnen oder hier bei Ansicht Protokoll. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal auf den Ordner zugegriffen. Jetzt ist es ja so, dass wir eine HTML-Seite erstellen wollen, auf der wir dann dieses Formular schreiben. Und dazu erstellen wir hier bei Datei neu eine HTML-Datei. Die nenne ich mal main.html. Und, ja, die Code-Datei will ich dann auch mal umbenennen. Die Frage ist jetzt, wie können wir sozusagen diesem Skript sagen, dass es die HTML-Datei öffnen soll. Das geht mit der do-get-Methode. Die wird standardmäßig gestartet. Die kriegt ein Request als Variable. Und wir können jetzt den HTML-Service benutzen. Wie gesagt, das ist auch ausführlich dokumentiert in der Google Apps Script. Und zwar create HTML-Output from file. Und in diesem Fall ist das main. Ups. Okay, und jetzt müssen wir natürlich die HTML-Datei erstmal mit Inhalt befüllen. Also wir, gut, wir haben hier schon das Standardgerüst. Das mache ich mal weg. Dann müssen wir die Zeichen-Codierung festlegen. Das sind so ein paar Standardsachen. Und im Body schreibe ich jetzt mal Hallo Welt, das Klassische. Jetzt ist es so, dass wir, um diese HTML-Datei zu sehen, müssen wir auf Veröffentlichen klicken. Dann als Web-App einrichten. Also das kann man im Prinzip so lassen. In diesem Fall, dass sozusagen ich dieses Skript ausführe. Und dann wichtig, wer kann denn darauf zugreifen? Also im Moment würde ich sagen, in diesem Entwicklungsmodus kann man sagen, nur ich selber. Jeder heißt übrigens nicht jeder, sondern jeder oder jede mit einem Google-Account. Also da muss man sich einmal anmelden. Und anyone, even anonymous, heißt wirklich jeder. Also auch Leute, die keinen Google-Account haben, können dann auf diese HTML-Datei zugreifen. Deploy. Und dann haben wir hier so einen ganz langen Link. Und wenn wir den öffnen, haben wir die HTML-Datei. Diese Meldung hier kriegt man nicht weg übrigens. Ist aber auch ganz gut, dass sie da steht, um Missbrauch zu verhindern. Bei Skripten, deren Herkunft jetzt nicht so direkt klar ist. Was man übrigens machen kann, man kann ja auch immer den Code sozusagen testen, der noch nicht freigegeben ist an die Öffentlichkeit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in die HTML-Datei schreibe, hallo Welt, hallo du. Dann ist das bei meiner öffentlichen Version noch nicht vorhanden. Aber bei meiner Developer-Version hier, dev, da ist es vorhanden. Und das wird sehr praktisch sein. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal eine neue Version erstellen. Und können auch jetzt mal, wenn man darüber nachdenkt, angenommen, das Projekt ist schon öffentlich, können wir auf diese Art und Weise sehr leicht testen, wie das dann aussieht für die Öffentlichkeit, ohne es wirklich schon öffentlich zu stellen. Okay, im nächsten Schritt würde ich sagen, füllen wir mal die HTML-Datei. Okay, also wir haben ja erstmal eine Überschrift. Und dann brauchen wir dieses Foto von Joan Baez. Das bin ich mal in einem Div ein. Und die Quelle suche ich gleich noch. Okay, nehmen wir mal Joan Baez, Concert, Live. Nehmen wir mal was aus den 60er Jahren. Ja, genau das, das wollte ich haben. Okay, da haben wir es. Wir können uns das ja schon mal angucken. Da ist es. Und jetzt wollen wir ein Formular hinzufügen. Das geht mit dem Tag Form. Wir verlegen gleich mal eine ID, weil wir nämlich später bei JavaScript auf diese ganzen Elemente zugreifen wollen. Und dann ist es sehr bequem, das einfach über die ID zu machen. Den Style fügen wir später hinzu. Aber ich mache das jetzt schon mal, also einfach, dass das Formular sichtbar ist. Small Margin, das ist eine Klasse, die definiere ich gleich noch. Jetzt wollen wir erstmal das Passwort hinzufügen. Das heißt, es ist ein Input-Feld vom Typ Password. Achso, da muss man natürlich Englisch schreiben. Und die ID soll Password Input sein. Und der Platzhalter, das heißt, der Text, der standardmäßig erstmal da drin angezeigt wird, soll das Passwort sein. Mit so drei Punkten. Und jetzt schließen wir das Diff ab. Und wir wollen natürlich auch den Lock-In-Button noch hinzufügen. Das heißt, es ist ein Input-Feld vom Typ Button. Gehen wir wieder an eine eindeutige ID. So, beim Lock-In-Button, da brauchen wir erstmal einen Standard-Text, der angezeigt wird auf dem Button. Das geht mit dem Attribut Value. Und wir wollen halt eine Funktion ausführen. Die schreibe ich hier schon mal rein. Lock-In-Klick. Fürs Erste können wir ja hier schon mal ein JavaScript einführen. Log-In-Klick. Die einfach jetzt mal in die Konsole vom Browser irgendwas schreibt. You have clicked me. Genau. Und dann müssen wir das schließen. Ist natürlich jetzt ein bisschen unschön, dieses Skript hier reinzuschreiben. Ich werde später noch erklären, wie man das in eine einzelne Datei dann auslangern kann. Okay. Testen wir das mal. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt müssen wir die Konsole öffnen. Super, das funktioniert soweit. So, jetzt haben wir ja in unserer HTML auch das Formular, was am Anfang nicht angezeigt wird, aber was natürlich wichtig ist, über das man dann die Bilder hochladen kann. Das nenne ich mal Upload Form. Und der Trick ist jetzt am Anfang den Style auf Display None zu setzen. Das heißt, es wird einfach nicht angezeigt. Und das schreibe ich jetzt mal schon mal grob. Also die Klasse Small Margin, die definiere ich gleich noch. Die heißt einfach nur, dass ich einen kleinen Rand festlege in der CSS-Datei. Hier kannst du deine Fotos hochladen. Und dann brauchen wir hier ein Input-Type, ein Input-Feld vom Type Text, wo man den Namen eingibt. Das kopiere ich jetzt schon mal, weil das gleich nämlich alles ein bisschen ähnlich sein wird. Oder am besten kopieren wir auch dieses Div. Genau, wir haben ja jetzt auch die Abfrage nach dem Namen des Konzerts. Das nennen wir mal Konzert-Input oder auf Englisch. Also den Namen des Konzerts und auch das Datum. Und genau, das lasse ich jetzt erstmal so. Die Upload-Buttons führen wir später hinzu. Was ich jetzt erstmal machen möchte, ist, dass sobald man Login klickt, dass das Upload-Form sichtbar wird. Das heißt, ich brauche erstmal das Upload-Form. Das muss ich hier definieren. Das geht mit document.getElement.byID. Und unsere ID ist ja gerade Upload-Form. Und dann kann ich das in diesem JavaScript hier auch nutzen. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, Upload-Form. Jetzt kann ich auf den Style zugreifen. Und ich möchte auf die Display-Eigenschaft zugreifen. Und zwar will ich die auf Blog setzen. Also probieren wir das mal. Das hier mache ich jetzt mal aus. Sozusagen die veröffentlichte Version. Ich brauche nur die Developer-Version. Login. Und da erscheint das Fumona. Jetzt sollte das natürlich so sein, dass das nur dann gemacht wird, wenn die Passwörter übereinstimmen. Und genau. Ich habe ja hier schon mein Password-Input. Das heißt, das kann ich jetzt hier auch als Variable definieren. Und ich mache halt eine entsprechende Abfrage. Also if Password-Input-Value, das ist dann der String, der eingelesen wird. Ich mache jetzt mal als einfaches Passwort 1, 2, 3. Als Test. Also wenn das der Fall ist, dann soll er das entsprechende Formular anzeigen. Gut. Leeres Passwort geht natürlich nicht. Das auch nicht. Aber das. Das geht. Gut. Jetzt wollen wir mal das Fumona noch weiter auffüllen. Also wir brauchen ja zum Beispiel noch den Button, mit dem man die Dateien auswählen kann. Und auch den Button, mit dem man die Dateien dann hochladen kann. Also machen wir wieder ein Div. Das ist einfach, damit die Elemente untereinander angezeigt werden. Also deswegen mache ich eigentlich nur Divs. Also das ist ein Input-Feld vom Type File. Das heißt, das nenne ich entsprechend Fotos-Input oder File-Input könnte man auch nennen. Und da haben wir jetzt keinen Placeholder. Das ist ja nur so ein Button. Was wir aber machen können, ist nur gewisse Dateitypen zu akzeptieren. Und in diesem Fall sollen es ja nur Fotos sein. Und das geht hier mit diesem Befehl. Hier könnte man sonst noch die Dateiendungen anfügen, die nur erlaubt sind. In diesem Fall sind aber alle Dateiendungen erlaubt, die vom Typ Image sind. Okay, und dann brauchen wir wie gesagt noch den Upload-Button. Also Input-Type ist dann Button. Der soll der Upload-Button sein. Und hier können wir wieder einen Value festlegen. Das heißt, der Text, der angezeigt wird, den soll mal hochladen sein. Und On-Click. Das heißt, damit lege ich jetzt fast, wie gesagt, was passiert, wenn ich da raufklicke. Initiate Upload. Also das machen wir am Anfang mal sicherheitshalber. Ich stelle das so an, dass der nicht aktiv ist. Und erst wenn wir uns eingeloggt haben, machen wir den aktiv. Das heißt, ich brauche auch Zugriff auf diesen Upload-Button. Und erst wenn ich hier im Login bin, Upload-Button, das Able, setze ich dann auf Files. Und diese Funktion hier, die schreiben wir später noch ausführlicher. Aber fürs Erste mache ich mal nichts hier. So, dann möchte ich hier noch unten so eine Art Status-Anzeige haben. Das mache ich mit einem Div. Den gebe ich die ID InfoDiv. Ja, auch wieder mit der Klasse SmallMargin. Da kommt jetzt gar nichts rein. Aber wir schreiben in unserem JavaScript eine Funktion, die einen beliebigen Text als Variable hat und dann entsprechend diesen Text da reinschreibt. Also, Function, WriteInfo, Text und InfoDiv. Das muss ich gleich oben noch definieren. Da kann ich dann auf den HTML-Content zugreifen und lege fest, dass das einfach der Text sein soll. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier schon bei Initial Upload sagen, WriteInfo Start Upload. Und wie gesagt, wir müssen jetzt hier noch das InfoDiv kommen. Hier können wir die ID antragen, die wir in der HTML hinterlegt hatten und schauen wir mal, ob das geht. Erst Passwort eingeben und dann hochladen. Super, das funktioniert soweit. So, jetzt sieht das ja hier ziemlich schrecklich aus. Das heißt, wir werden das jetzt mal ordentlich stylen. Fürs Erste mache ich das mal hier unten mit Style. Und nur, um das zu mal testen, sage ich mal, dass die Überschrift zentriert sein soll. Also TextAlign soll ein Center sein. Okay, gut. Wie gesagt, ich werde später diese Datei noch auslagern. Ach so, das muss natürlich noch geschlossen werden. So, dann wollen wir, dass diese Divs alle eine gewisse Breite haben. Also da kann man jetzt natürlich rumspielen, machen, wie man möchte. Ich möchte, dass das auch alles zentriert ist und dass der Rand oben und unten 0 ist und links und rechts wird der sozusagen automatisch berechnet. das Bild oder alle Bilder in diesem Fall habe ich eh nur eins. Also ist egal, wähle ich mal alle aus. Das soll auch nicht sozusagen zu groß sein. Das soll auch 600 Pixel breit sein. Dann gebe ich dem oben noch einen Rand und unten auch einen Rand. Das Problem ist ja gerade hier, dass das alles noch irgendwie viel zu nah dran hier. Also deswegen machen wir jetzt mal einen Rand, schauen wir uns schon mal an. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. So, jetzt wie gesagt, wir haben ja diese Klasse Small Margin schon öfters verwendet. Jetzt sollten wir die auch mal definieren. Also Margin Top 20 Pixel und Margin Bottom 20 Pixel. Also einfach damit die Elemente oben und unten so ein bisschen Abstand voneinander haben. Also jetzt kleben die ja quasi hier zusammen und wenn ich das jetzt aktualisiere, das sieht schon ein bisschen besser aus. Genau. Dann haben die einen gewissen Abstand voneinander. Die Schriftart gefällt mir auch nicht. Das heißt, der Buddy bekommt jetzt erstmal eine Schriftart. Ich lege die mal als Verdana fest und das ist jetzt die Fallback-Schriftart sozusagen. Falls Verdana nicht verfügbar ist, wird Geneva genommen und falls die nicht verfügbar ist, wird Sun Serif genommen. Das geht immer. Und die Font Size lege ich auch mal fest. Das heißt, die Schriftgröße. Gucken wir mal. Ja. Das sieht, finde ich zumindest, schon wesentlich besser aus. Also, wie ihr das macht, ist natürlich dann euch überlassen. Okay. So, gehen wir jetzt mal zu den Input-Filtern. Erstmal vom Typ Text. Das kann man so festlegen. Also, was man wirklich sagen muss, dieser Skript-Editor von Google Apps Script, der ist nicht so toll. Also, es gibt keine Eindrückung, wenn ich die Tab-Taste drücke. Zumindest bei mir passiert nichts. Es werden keine Klammern automatisch geschlossen und so weiter. Was man von Visual Studio Code und anderen Editoren kennt. Das ist ein bisschen frickelig. Sagen wir es mal so. Also, erst mal sagen wir, dass die Font-Size vererbt wird von dem o-wiegen Element, weil zurzeit ist die zu klein. Also, okay. Vielleicht brauchen wir das gar nicht. Ich mach's trotzdem. Legen wir mal die Breite fest, weil zurzeit sind die viel zu schmal. Dann ist es auch noch so, dass die ein bisschen abgerundet werden sollen. dann wollen wir auch noch einen Rahmen unten haben, damit die ein bisschen Abstand voneinander haben. Genau, ein Padding lege ich auch fest, sozusagen, damit sozusagen innere, damit die noch einen inneren Abstand haben. und jetzt als Farbe für den Rand nehme ich mal so ein Grau. Da kann man auch rumspielen. Border Radius, das legt fest, wie rund die Ecken sind von dem Rand. Margin lege ich wieder fest, wie bei den Div-Elementen. Aber dann innere ich noch, nachträge ich den Rahmen unten. Ja, das scheint noch nicht funktioniert zu haben. Vielleicht muss man hier die Leerzeichen wegmachen, kann das sein. Tatsächlich. Da scheint irgendwas nicht funktionieren, wenn man die Leerzeichen weglässt. Ich denke mal, das killt das hier. Tatsächlich. Okay. Das heißt, das sollte direkt da dran stehen. Sonst wird es nicht erkannt. Genau, was ich nicht mag, ist dieses Markieren hier. Diese Farbe da, das kann ich wegmachen mit Outline. None. Ich will auch noch so einen Effekt haben. Und zwar, wenn man jetzt über dieses Input-Feld mit der Maus geht, das geht mit einem Pseudo-Selektor, Type, Text, Doppelpunkt, Hover, das ist der Hover-Pseudo-Selektor, dann soll der, soll die Rahmenfarbe sich ändern, also so ein bisschen dunkler werden. Da habe ich jetzt mal diese Farbe hier rausgesucht und dann muss ich, genau, also das habe ich jetzt schon. Das sieht man. Und dann will ich, dass das auch animiert ist. Das geht mit dem Transition Property oder mit der Transition Property hier in dem entsprechenden Input-Style. Das heißt, ich muss erst mal sagen, auf welche Eigenschaft soll sich das beziehen auf dem Border. Dann lege ich mal fest, dass das 800 Millisekunden dauern soll. Also das kann man halt auch wieder, da kann man mit rumspielen, wie man möchte. Und Ease, das ist eigentlich auch die Standardeinstellung, das heißt, dass es am Anfang ein bisschen langsamer geht und dann sozusagen die volle Geschwindigkeit entfaltet und am Ende wieder ein bisschen abflacht. Das kann ich ja mal zeigen. Genau. Das sieht eigentlich, finde ich zumindest, sehr schön aus. So, und für die Passwörter kopiere ich das jetzt einfach hier mal. Lege aber keinen Rahmen unten fest. Und entsprechend muss ich jetzt unten auch noch für diesen Typ den Effekt festlegen. Okay. Das Passwortfeld sollte natürlich nicht so breit sein, weil das Passwort wird ja nie so lang sein. Das heißt, deswegen habe ich die hier auch nicht einfach dieselbe Klasse genommen, sondern will das halt noch ein bisschen individueller stylen. Ansonsten sieht das aber gut aus, denke ich. Ja. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Wir sind doch noch nicht fertig. Wir müssen ja jetzt zum Beispiel noch den Button stylen. Der sieht ja noch furchtbar aus. Also auch der Login-Button und der Hochladen-Button. Okay. Also legen wir das hier fest. Input Type Button. Und genauso ach so, jetzt hatte ich beinahe wieder diesen Mehrzeichen Fehler gemacht. Input Type File. Das ist unser Upload-Button. Also da wollen wir auch wieder keine Outline haben, wenn wir das irgendwie markieren. Die Font Family hier ist es wirklich wichtig, dass man Inherit schreibt, weil zur Zeit ist es nicht dieselbe Font Family, glaube ich. Und Font Size Inherit Dann lege ich den Hintergrund fest. Es soll keinen Rahmen haben. Das finde ich halt auch nicht so schön, ehrlich gesagt. Das ist natürlich eine Geschmackssache. Dann lege ich ein Padding fest, sodass der Text sozusagen nicht direkt an den Rand von dem Button kommt. So, dann legen wir noch einen Rand fest. Cursor, damit kann man festlegen, wie sieht die Maus aus, wenn man da drüber geht. Pointer und wir legen auch wieder fest, dass das halt abgerundete Ecken haben sollen. Und auch hier wollen wir wieder diesen tollen Effekt haben, sodass sich diesmal die Hintergrundfarbe verändert. Das heißt, wir müssen jetzt nach unten also erstmal schließen wir das. Also hier müssen wir jetzt noch sagen, dass der Background sich dann ändern machen soll. Da habe ich jetzt einfach mir diese Farbe überlegt, das ist ein dunkleres Grau und wir machen einfach dasselbe bei dem File schon mal. das funktioniert noch nicht. Also ich habe den Fehler gefunden. Wenn der Übergang 800 Sekunden dauert, naja, dann kann man natürlich lange warten. Also 800 Millisekunden muss hier stehen. Außerdem hatte ich hier nicht Pixel, sondern nur X geschrieben, das habe ich auch korrigiert. Und jetzt funktioniert es wunderbar. Okay. Ich denke, damit sind wir soweit zu mal mit dem Style durch. Wenn uns später noch was auffällt, können wir das ja einfach jederzeit ergänzen. Übrigens, diesen Text der Datei auswählen, den kann man nicht so leicht ändern. Der ist tatsächlich auch browserspezifisch und es ist vielleicht auch, also natürlich geht es zwar theoretisch, da einen anderen Text reinzuschreiben mit einem Trick, aber letztendlich ist es so, dass es vielleicht auch keine gute Idee ist, den zu ändern, weil die meisten User ja einfach diesen Text gewohnt sind, weil der halt standardmäßig bei jedem Upload-Formular im Internet halt genauso ist. Und hier weiß also jeder und jede sofort, worum es geht. Insofern kann man den vielleicht auch so lassen. Und dasselbe betrifft halt auch diesen Style hier. Der ist halt auch nicht so schön. Aber gut, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Eigentlich soll es ja in diesem Tutorial auch eher um das JavaScript und das Google Apps Script gehen. Das heißt, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Bevor es weitergeht, möchte ich aber erklären, wie man hier die Skripte aus unserer HTML-Datei in eine so, dass ich einfach eine JavaScript-Datei anlegen kann. Das ist hier ein bisschen anders. Man kann nämlich hier Datei neu keine JavaScript erstellen. Man kann nur eine HTML-Datei erstellen. Die nenne ich jetzt mal js.html fügt da das Skript ein, was später noch wesentlich länger wird. Deswegen ist es gut, dass wir das jetzt in einer einzelnen Datei auslangen. Und jetzt müssen wir der HTML-Datei irgendwie Kommando. Dafür muss man HTML-Templates benutzen. Die gibt es halt in Google Apps Script. Das wird hier ausführlich erklärt, wie man das macht. Und das sieht letztendlich so aus. Also im Prinzip am Ende des Buddies. Da muss ich jetzt folgendes schreiben. Include JS. Also so haben wir die Datei benannt. Also das ist die Syntax. Und das wird jetzt nicht funktionieren. Wir müssen nämlich jetzt tatsächlich auch unseren Befehl in unserem Google Apps Script hier ändern, weil das ist keine HTML-Datei mehr, sondern eine Template-Datei. Und der entsprechende Befehl dafür heißt Create Template vom File. Das heißt hier kann ich wieder Main angeben und da muss ich das noch auswerten. Und hier ist es auch ganz wichtig, dass das JavaScript am Ende des Buddies ist, sonst wird das auch nicht funktionieren. Und bei der Gelegenheit können wir auch gleich ein Title festlegen, damit der hier oben richtig angezeigt wird. Upload der Fotos. Das geht mit diesem Befehl hier. Set Title. Ok, testen wir das. Include is not defined. Ok. Das liegt daran, dass wir jetzt natürlich diese Funktion, die wir geschrieben haben, die müssen wir jetzt auch noch definieren in Google Apps Script. Also das ist letztendlich ein Scripted, was greift hier oder zieht sich Funktionen aus dieser Script Datei. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine Funktion schreiben include file name und da können wir das den HTML Service benutzen. Create HTML Output from file file name get content content mal schauen das sieht besser aus ja und dasselbe machen wir jetzt auch mit unserer Style Datei das heißt wir gehen hier rein in unsere HTML Datei markieren das alles weg damit machen eine neue Datei kopieren das da rein und jetzt müssen wir in unserer HTML Datei oben am besten im Header sagen dass wir das einfügen sollen also mit unserer Funktion include ok gut ist noch richtig gestylt jetzt ist es ja so dass wenn man sich einloggt dass dieses Login Formular bestehen bleibt aber das brauchen wir gar nicht mehr das sollte eigentlich einfach ausgeblendet werden das können wir machen indem wir hier erstmal im JavaScript die Variable für das Login Form bekommen oder definieren und sobald wir uns dann eingeloggt haben greife ich auf das Display Attribut davon zu und setze das auf None None heißt einfach wird nicht angezeigt ok und wenn ich das jetzt hier teste zack ist es weg das ist viel besser so und was ich auch noch gemacht habe ist hier auch noch fund family inherit und auch fund family inherit beim passwort also beim text und beim passwort fail zu machen weil nämlich tatsächlich da eine andere schriftart angezeigt worden ist das ist jetzt verbessert worden so zurück zu unserer skript datei jetzt möchten wir mal testweise ein unter ordner von diesem ordner hier den wir schon haben erstellen mit dem skript das geht mit dem befehl create folder also müssen erstmal den folder anwählen und dann create folder wird hier schon angeboten und dann muss man hier ein string übergeben das ist einfach der name des unter ordners so das muss ich jetzt in eine funktion packen teste mich na so dann kann ich die hier auswählen und ausführen wenn ich das jetzt aktualisiere dann ist hier der unter ordner erstellt worden von dem skript genau und jetzt möchten wir eine funktion hier bauen die entsprechend unsere datei hoch näht oder erstmal einen entsprechenden unter ordner dafür erstellt das heißt die name create sub folder und wir übergeben dann später den namen des fotografen den namen des konzerts und das datum des konzerts was wir also machen ist wir erstellen diesen unterordner und als name vergeben wir halt diesen string hier das heißt wir verbinden einfach das datum mit dem konzert und mit dem namen und verbinden die mal so bindest strichen und wir werden später noch die id brauchen um damit dann die dateien da rein zu legen also das geht mit dem forget id und dann geben wir diese id hier zurück so und die frage ist jetzt wie kann man in unserer html datei oder genau sagt jetzt wir haben ja eingebunden in unserer javascript datei darauf zugreifen also bisher haben wir an dieser funktion hier initiate upload lediglich diese diesen befehl hier dass ein text geschrieben werden soll den entfernen wir jetzt mal und stattdessen wollen wir diese funktion aufrufen create subfolder mit name konzert und datum die müssen wir gleich noch aus den input feldern bekommen und das geht jetzt mit dem befehl google . script . run das ist so die allgemeine syntax und dann wird einfach die funktion aus der entsprechenden google apps datei aufgerufen die hier danach kommt so jetzt müssen wir noch ja name konzert und datum bekommen also müssen wir vorher die entsprechenden elemente hier definieren also wir haben erst einmal name input und dann okay das lasse ich jetzt mal wieder analog halt konzert und auch mit dem datum und sobald wir hier den upload starten müssen wir jetzt die werte auslesen das heißt name ist name input . value mit dem konzert ist es genau dasselbe mit dem datum auch also wir machen uns das jetzt einfach und das datum ist einfach ein text objekt also ein string man könnte natürlich auch ein datum objekt nehmen aber das machen wir jetzt einfach halber nicht so testen wir das mal aus das heißt es sollte jetzt je nach eingabe was wir hier eingeben ein entsprechender unterordner hier erstellt werden den lösche ich schon mal achso wir müssen natürlich das noch aktualisieren so ein name ein konzert ein datum zack schauen wir uns das an perfekt so soll es sein und jetzt machen wir aber noch ein paar abfragen und zwar sollte es halt nicht so sein dass man einen leeren namen eingeben kann oder näher entsprechen also die ganzen strings hier sollten nicht leer sein also machen wir vor eine abfrage wenn der name leer ist oder das konzert achso das sollte natürlich darunter oder das datum dann schreiben wir infotext ist bitte fülle alle felder aus ok also das sieht dann so aus wenn ich jetzt hier mein eingeben und jetzt hochlade das heißt wir machen erstmal als standard einstellungen wenn der upload initiiert wird dass ein leerer infotext geschrieben wird und wir sollten eigentlich auch hier einen entsprechenden infotext schreiben wenn das passwort falsch war also das passwort ist falsch warum speichert er das nicht brauchen bisschen länger ich glaube hier ist auch noch ein fehler genau also dieses infodif das ist zurzeit im formular enthalten und das sollte eigentlich außerhalb sein weil wir haben ja das formular ausgeblendet am anfang aber dieses infodif das benutzen jetzt auch zur anzeigung von ja das was ich gerade geschrieben habe also dass das passwort falsch ist und das wird ja auch am anfang zu sehen sein das heißt sollte außerhalb des log in äh außerhalb des upload formulars sein also wenn ich jetzt hier 5 mein finger eingebe wird das entsprechend angezeigt wenn ich jetzt mein tolles passwort 123 eingebe dann komme ich direkt weiter so wir machen jetzt noch einen anderen check und zwar sollte das datum halt wirklich ein datum sein nicht irgendein string und das geht ganz bequem mit einem regulären ausdruck 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 definiere ich hier mal also reguläre ausdruck und javascript die fangen mit so einem slash an und dann kommt der eigentliche ausdruck das heißt dass wir den anfang des strings festlegen das heißt wir was jetzt folgt wird nicht irgendwo gefunden sondern so fängt es wirklich an und so ein datum fängt mit zwei so mit zwei ziffern an das heißt backslash d und in den geschweiften klammern die anzahl dann kommt ein punkt den müssen wir entwerten weil der punkt ein sondercharakter ist dann machen das alles nochmal also sowas wie 12. 3. 1978 oder so das heißt jetzt kommen vier ziffern so mit dollar sagen wir dass der reguläre ausdruck endet und g bedeutet einfach dass alle matches gesucht werden also kann man eigentlich auch weglassen aber lassen wir das jetzt mal so und hier nachdem wir das getestet haben fragen wir noch ob das datum diesen regulären ausdruck erfüllt also das geht mit date format punkt test und wenn das halt falsch ist dann erfüllt es das nicht das heißt dann schreiben wir auch eine info info das datum hat das falsche format richtig wäre zum beispiel 20.05.2021 also 0 geschrieben wird das ist einfach praktisch dann für das unternehmen dass sozusagen auch 0 aufgefüllt werden zur sortierung später also je nachdem wie man die dateien dann umbenennt und so weiter genau und nur wenn das halt alles die tests erfolgreich waren nur dann wollen wir einen unterordner stellen so jetzt soll es ja nicht nur bei diesem unterordner bleiben sondern wir wollen die fotos hochladen und das entsprechende element haben wir noch gar nicht definiert ich glaube wir haben das fotos input genannt genau zurzeit ist das auch nur eine datei wir werden uns später kümmern wie man dann mehrere dateien hochlädt so das heißt nachdem wir diesen ordner erstellt haben wollen wir eine andere funktion ausführen und das geht mit dem befehl with success handler und dann wird eine funktion ausgeführt sofern dieser befehl erfolgreich war in unserem appscript wird dann hier im javascript diese funktion ausgeführt die ich jetzt noch schreiben muss und zwar bekommt ihr als parameter das was diese funktion zurück gegeben hat und das war ja die id des unterordners das heißt ich nenne die hier auch so und für das erste schreibe ich einfach mal in die konsole rein will upload file to subfolder with id und schreibt das einfach mal so hin was dann passieren soll am ende ok testen wir das mal also hier müssen wir jetzt immer was eintragen hochladen ach das datum hat das falsche format ok das habe ich mir jetzt selbst eingebrockt ja müsste natürlich dann noch eine status anzeige kommen damit man weiß dass was passiert und das will upload file to subfolder with und dann haben wir unser unter on id können ja mal schauen ob das die richtige ist also das ist jetzt das sind übrigens weitere tests habe ich gerade noch durchgeführt das müsste ja der sein 1tp9 scheint richtig zu sein 1tp9 genauso eigentlich wäre besser so ein nährzeichen noch zu machen genau und jetzt sollten wir also noch in die info schreiben dass die dateien hochgeladen werden write info datei wird hochgeladen so jetzt können wir auch wieder die konsole ansage hier löschen und fangen jetzt mal an wirklich die datei hochzuladen dazu brauchen wir erstmal zugriff auf die datei die wir ausgewählt haben also fotos input das hat dann das ist eine array von dateien und da wählen wir jetzt die einzige bisher nur aus genau das heißt wir sollten vorher auch noch eine abfrage machen ob das überhaupt definiert ist also als fotos input length also wenn wir kein foto ausgewählt haben dann sagen wir write info bitte wähle ein foto aus und setzen hier noch die klammer ok das heißt das auf jeden fall definiert und was wir jetzt machen um diese datei einzulesen ist ein file reader zu definieren den nennen wir reader und wir sagen was ein inhalt ist also das geht mit dem befehl read as data url und jetzt müssen wir die datei als parameter übergeben aber vorher legt man halt fest was passieren soll wenn das fertig geladen ist also das geht mit reader.onload also das ist eine Funktion hat ein gewisses Event den brauchen wir aber gar nicht und jetzt laden wir eben eine Funktion die wir noch schreiben müssen upload file und wir übergeben das Ergebnis des readers das ist reader.result und auch natürlich die subfolder id weil wir müssen natürlich wissen wo wir die datei erstellen sollen das heißt wir müssen jetzt hier im google appscript eine Funktion schreiben upload file einmal mit der subfolder id und einmal mit den daten also das ist das sind sogenannte base64 daten die nenne ich entsprechend auch so vorerst macht man nichts ich will das nur kurz mal erklären das ist das ist letztendlich ein verfahren wie man binär daten die man ja nicht wirklich lesen kann in lesbare zeichenfolgen umwandeln kann und umgekehrt und das geht halt im wesentlichen so man hat man gruppiert diese binär daten in abfolgen von 6er blöcken von 0 und 1 und jedem dieser 6er blöcken das sind genau 64 oder man ein ascii zeichen zu und die stehen hier in dieser tabelle und um das zu demonstrieren lade ich mal eine textdatei hoch weil die ist nämlich ein bisschen überschaubarer das ist ein text speicher ich hier habe ich schon mal sowas gemacht so dann muss ich hier auch noch in der html daten sagen dass er nicht nur bilder akzeptiert das habe ich jetzt hier schon mal entfernt fürs späte füge ich schon mal das attribute multiple hinzu das bedeutet dass man auch mehrere dateien hoch dann kann also das brauchen auf jeden fall und was wir jetzt mal machen ist hier in unserer javascript datei das einfach mal noch nicht diese funktion auszuführen die macht eh nix sondern einfach mal zu loggen was da raus kommt also das sind die base 64 daten da muss ich irgendwas eingeben wir können mal kurz testen was passiert wenn ich keine datei auswähle dann gibt es eine fehlermeldung eigentlich sollte der hier eigentlich einen infotext schreiben also ich habe den fehler gefunden fotos input ist ja einfach das fällt und die dateien müsste man also jetzt noch auslesen das ist ein array und entsprechend müssen wir hier auch files noch das zuschreiben wenn ich das jetzt teste und also erstmal wenn ich keine datei auswähle dann bekomme ich entsprechend den infotext und wenn ich eine datei auswähle zum beispiel die textdatei dann sieht man hier dass etwas passiert und tatsächlich bekomme ich hier etwas zurück ich kann das ja mal in ein base 64 converter eingeben oder decodierer das hier vorne das ist einfach der dateityp dann steht hier die codierung das heißt diesen teil muss man jetzt noch entfernen also dieses format müssen wir uns gleich merken das wir uns gleich nochmal benutzen aber was jetzt den text angeht ist nur das relevant dann kann ich auf decodieren gehen und tatsächlich ist das das was ich in die textdatei geschrieben hatte also hieran sieht man jetzt exemplarisch dass einfach diese binären dateien die werden bei diesem datei upload in base 64 zeichen folgen umgewandelt und mit diesen werden wir jetzt arbeiten und die werden wir jetzt auch an das google apps schicken so das heißt wir nehmen hier diesen konsolen befehl raus und stattdessen starten wir jetzt wirklich die funktion upload file hier und da brauchen wir also einerseits die id die wir aus dieser funktion bekommen hatten und andererseits die base 64 daten und der erste schritt besteht daran dass wir erstmal den subfolder aus der id bekommen das geht also genauso wie in der zweiten zeile hier mit der drive app bloß in diesem fall mit der subfolder id wir sind ja jetzt nur an diesem teil hier interessiert das heißt wir müssen jetzt irgendwie diesen string so aufteilen dass wir nur diesen teil bekommen wichtig ist aber auch diesen Dateityp zu bekommen den brauchen wir halt auch damit Google drive weiß was für eine art von datei erstellen soll das heißt wir splitten erstmal diesen string auf und gucken an wo ist das komma tatsächlich kommt das nicht in diesen ascii zeichen vor also das ist hier kein wie man hier sieht das kommt nicht vor das heißt es steht hier genau einmal wir splitten das entsprechend auf in diesem teil und in diesem teil der Dateityp der steht also hier in diesem vorderen teil den wir dann nochmal nach dem sin kolon aufsplitten und dann müssen wir noch dieses data doppelpunkt entfernen und der restliche teil von diesem ausspill das sind die daten die wir brauchen ok das schreiben wir jetzt mal auf also ein bisschen größer also wir splitten das erstmal auf das geht mit dem befehl split in diesem fall ist das zeichen wie gesagt das comma das ist ein array aus zwei strings in diesem fall der dateityp den bekommen wir jetzt aus dem ersten teil dieses splittings in dem wir nochmal splitten nach dem 7 kolon was ich ja vorhin gezeigt habe davon den ersten teil in dem zweiten teil stand ja einfach nur base 64 also die codierung und jetzt ersetzen wir in diesem teil das data durch den näheren string was bedeutet dass wir das löschen also wir könnten auch einfach ein substring wählen aber das ist sozusagen ein bisschen sicherer oder spezifischer oder auch transparenter da sieht man genau was man entfernt so das ist das ist der datei typ und jetzt müssen wir die base 64 daten wieder in binär dateien umwandeln also es ist ein bisschen hin und her hier aber so muss man das leider machen das heißt wir definieren eine variable by characters nennen wir die mal da benutzen wir jetzt die klasse utilities von google appscript da sieht man hier schon da gibt es base 64 decode also jetzt müssen wir das ja dekodieren und wie gesagt der zweite teil vom split ist das was uns eigentlich interessiert so jetzt gibt es nicht nur diese binär daten sondern es gibt auch dieses konzept eines blobs also ich ruf mal kurz die dokumentation auf klasse blobs und im prinzip wird die benutzt um dateien in google appscript zu verwenden also das gibt es auch in javascript auch und wir können jetzt einen neuen blog erstellen aus diesen byte characters wieder mit der utilities klasse und jetzt können wir den typ übergeben und was wir auch machen möchten ist den dateilnamen den haben wir jetzt da haben wir uns jetzt noch gar nicht drum gekümmert das machen wir gleich noch das heißt wir werden jetzt hier noch ein drittes argument haben file name geben wir also in die javascript datei zurück und gehen hier runter da haben wir die datei und den dateinamen kriegen wir einfach mit dem befehl file punkt name und dann übergeben wir das hier entsprechend ok gehen wir wieder zurück und mit diesem blog können wir jetzt endlich unsere datei erstellen und das geht mit dem befehl subfolder also erstmal wir wollen auf diesen unterordner zugreifen und da erstellen wir eine neue datei create file und das ist unser blog also dateien beziehen sozusagen ihre daten aus solchen blobs hier ja das war's schon soweit jetzt müsste es eigentlich schon funktionieren testen wir das mal und das ist ja alles mal zu und wir können jetzt auch wieder in unser main html schreiben dass wir wirklich nur bilder akzeptieren also also so ok probieren das mal aus konsole brauchen wir nicht und wählen mal die bilder aus ok wir haben jetzt nur ein bild zum upload vorbereitet datei wird hochgeladen wir sollten natürlich noch eine anzeige machen wenn es fertig ist das kommt als nächstes aber erstmal schauen wir uns an überhaupt überhaupt die datei angekommen ist also das hier so noch die test ordner von vorherigen versuchen und siehe da es ist da es ist ein bild gibt es auch eine entsprechende vorschau der ordner wird nach wie vor richtig benannt und der dateiname wurde auch genauso gewählt wie eben die datei auf dem rechner war super das funktioniert soweit das heißt der nächste schritt besteht dann darin mehrere dateien hochzuladen beziehungsweise was wir erstmal wie gesagt machen sollten ist hier noch ein eine entsprechende info für den nutzer oder die nutzerin anzufügen wenn der upload erfolgreich war das geht wieder mit with success handler in diesem fall müssen wir jetzt noch neue funktion schreiben wenn wir die mal upload end die werden wir jetzt nur temporär benutzen und dabei schreiben wir einfach eine info der upload war erfolgreich ja so das wird also nur dann gemacht wenn der upload wirklich erfolgreich war und das kann halt auch schon mal eine weile dauern tatsächlich so jetzt wollen wir uns mal anschauen wie man den upload von mehreren dateien regelt eine ganz naive idee war einfach ja die das array durchzugehen von fotos input punkt file und einfach jeweils diese funktionen auszuführen das problem ist dass javascript asynchron arbeitet und ist dabei und das habe ich ehrlich gesagt vorher auch nicht gesehen oder gehabt von sehen das führt letztendlich zu fehlern und es ist auch nicht möglich dann eine status anzeige zu machen letztendlich ist es auch schwierig überhaupt festzustellen wann eine datei schon fertig hochgeladen ist und letztendlich der beste weg das zu machen ist das nicht asynchron zu machen sondern halt hintereinander das heißt es wird immer also zunächst startet man wie jetzt einfach mit der datei mit dem index 0 und wenn das fertig ist also wenn die datei fertig hochgeladen worden ist dann aber arbeiten wir mit diesem success händler und anstatt diese upload end funktion aufzurufen rufen wir die funktion einfach nochmal auf bloß halt mit einem anderen parameter also das ist die grundlegende idee und das wird es uns ermöglichen das einfach schritt für schritt zu machen und dann kommt es halt so kein überlappung von verschiedenen upload prozessen gleichzeitig eine andere art das lösen ist zum beispiel mit promises in javascript zu arbeiten ich dachte mir das ist nicht unbedingt notwendig hier und ja deswegen ich löse das einfach ein bisschen elementarer halt mit diesem success händler also zunächst einmal brauche ich denke ich mal eine unterscheidung im namen hier upload file ist hier die funktion die serverseitig direkt auf die drive app zugreift und upload file hier ist die clientseitige funktion in javascript also dass die sollten wir unterschiedlich benennen also die sind wirklich in unterschiedlichen welten sozusagen ich nehme mal upload file to drive und hier entsprechend ok und wie gesagt jetzt machen wir hier dieselbe funktion einfach nochmal so damit das funktioniert müssen wir aber den index und am besten auch die ja das ganze array der fotos übergeben übergeben das geht mit dem begriff dem befehl with user object und ich will hier mal eine abkürzung einführen das ist hier fotos input.files das heißt dann können wir das ja auch entsprechend abkürzen und hier entsprechend auch so dieses fotos das brauchen wir jetzt hier das heißt es ist eine zweite variable genauer gesagt brauchen wir auch den index weil wir wollen ja auch in der status anzeige immer sehen welches foto gerade hochgeladen wird und wir brauchen am ende auch eine abfrage ob n sozusagen die anzahl der fotos erreicht hat ach das habe ich noch nicht zu ende geschrieben also with user object fotos 0 das bedeutet dass nicht nur diese funktion im falle eines erfolgreichen ausführungs dieser funktion ausgerufen wird mit dem mit der subfolder id die ja hier zurückgegeben wird sondern es wird auch noch das objekt hier auch rein geschmissen als zweite variable das heißt im rekursiven aufruf machen wir das jetzt einfach so dass wir hier gleich mit user object schreiben und jetzt einfach den index erhöhen also natürlich nur wenn das wenn der index passt also das schreiben wir gleich noch aber das ist so die grundlegende idee wir können jetzt hier auch schon mal direkt das hier schreiben und ja erstmal fragen wir jetzt mal ab wenn n schon die länge ist dann ja gut dann gibt es sozusagen kein foto mehr mit diesem index das heißt wir müssen schon durch sein das heißt wir können das ist sozusagen unsere upload endfunktion aber ich schreibe ich jetzt hier mal einfach direkt rein alle fotos wurden hochgeladen vielen dank also ist einfach gut so eine bestätigung zu haben und ansonsten machen wir das ja alles und jetzt können wir auch den index schreiben also n plus 1 das würde jetzt javascript hier als konkatenation von strings verstehen das wollen wir ja nicht wir wollen das schon als zahl verstehen und erst dann als string konvertieren jetzt haben wir ja hier in diesem rekursiven aufruf diese funktion da oben war es ja noch create subfolder und die gibt halt die subfolder id zurück die wir hier auch brauchen aber wenn wir das hier machen haben wir die ja gar nicht mehr es sei denn wir fügen das jetzt einfach noch hinzu hier in unserer upload file to drive funktion gehen wir wieder die subfolder id zurück also gehen wir hier rein ach so mal gucken ob wir noch was haben ja das gehen wir wieder los hier sieht man dass der reguläre ausdruck nicht so ganz präzise ist aber das ist jetzt nicht so wichtig für das was uns eigentlich interessiert also das wird auch zugelassen obwohl es ja kein sinnvolles jahr ist jetzt datei 1 wird hochgeladen 2 3 das sieht doch schon mal gut aus ja so das war's schon jetzt gibt es noch so ein paar feinschliffe aber im wesentlichen steht das formular jetzt schon so so das erste was wir machen ist hier bevor es los geht machen wir schon mal so eine art status anzeige dass der upload vorbereitet wird der upload wird vorbereitet also das wird dann tatsächlich noch zu lesen sein bevor man sieht datei 1 wird hochgeladen ich weiß gar nicht ob ich das vorhin gesagt habe n plus 1 ist natürlich nötig weil arrays fangen bei 0 an aber wir zählen jetzt wahrscheinlich dateien mit 1 zu beginn an das heißt man muss das hier ein bisschen verschieben so und außerdem wollen wir das wenn wir auf upload geklickt haben und ja alle daten hier ausgefüllt worden sind dass dann die ganzen input felder deaktiviert werden das heißt name input disabled gleich true und genauso machen wir das mit den anderen input feldern also concert input date input photos input dass wir auch nichts mehr nochmal hochladen können sonst ja da müssen wir uns halt neu für anmelden und der upload button auch so das sieht dann so aus also das wird sofort angezeigt dass der upload vorbereitet wird und hier das kann man nicht mehr anwählen es gibt zwar noch diese animation aber es ist nicht mehr aktiv also das finde ich irgendwie sinnvoll und was wir uns als nächstes noch anschauen ist man sollte das passwort ja nicht beliebig oft falsch eingeben können also ich werde jetzt mal einstellen dass man das maximal fünf mal falsch eingeben darf und dann wird das formular gesperrt da gehen wir jetzt mal in die javascript datei rein aber auch mal eine globale variable für die anzahl der maximalen falsch eingaben und für die anzahl der tatsächlich bisher eingegebenen falschen eingaben vom passwort und jetzt haben wir ja hier unsere passwort abfrage also wenn das richtig ist dann setzen wir fails auf 0 wenn das aber nicht richtig ist dann wird fails 1 drauf gezählt und es gibt diese ansage wobei es gibt diese ansage nur wenn die anzahl halt noch sozusagen erlaubt ist so wenn das nicht der fall ist dann schreiben wir halt du hast das passwort so oft falsch eingegeben das formular wird nun gesperrt also ich meine das ist so ein bisschen halb sinnvoll ich meine letztendlich kann man ja dann einfach die seite refreshen aber zumindest ist dann sozusagen so ein ganz einfacher missbrauch nicht mehr zu machen das heißt wir nehmen das login form das haben wir ja oben hier definiert und des abeln ist einfach und wir können das ja sogar ausblenden das vielleicht noch ein bisschen besser wir machen einfach beides zum testen mache ich jetzt mal zwei zweimal falsch eingeben und das kommt die melden und wie gesagt jetzt kann man es einfach refreshen und dann kann man es wieder noch eingeben genau es gibt auch eine möglichkeit diese variable sich zu merken und dann würde refreshen nicht funktionieren dann würde die variable fails sozusagen bleiben aber das mache ich jetzt mal nicht so und jetzt müssen wir noch ein wichtiges security feature hier einbauen ich habe jetzt mal das passwort auf elefantenmensch geändert einfach damit man das jetzt besser erkennen kann was ich zeigen will also ich habe ja hier diese passwortabfrage wirklich in die javascript datei reingeschrieben und das bedeutet dass man die einfach auslesen kann also wenn ich jetzt hier in den quelltext gehe hier seiten quelltext anzeigen und ich mache eine suche nach elefantenmensch ist es da da ne und wenn man jetzt hier noch schlau ist sucht man vielleicht nach password input dann findet man das schon also mit antworten das ist eigentlich keine wirkliche sinnvolle passwortabfrage und was wir machen müssen ist tatsächlich eine serverseitige passwortabfrage das heißt das passwort das muss hier irgendwie in der google appscript datei drinstehen oder hier muss die abfrage geschehen und eine art das zu machen ist über die skripteigenschaften das heißt ich gehe hier auf ich gehe erstmal auf projekteigenschaften und dann hier auf skripteigenschaften und das ist letztendlich so ein objekt und da kann ich verschiedene werte mit eigenschaften mit ihren werten hinzufügen und in diesem fall nenne ich das mal password und ja zum testen am ende sollte das natürlich sicher sein nenne ich nehme ich jetzt nach wie vor eins zwei drei und das heißt ich schreibe jetzt in meiner google apps datei eine funktion die das passwort checkt also function check password das passwort werde ich aus der javascript datei zugeschickt bekommen sozusagen und erstmal muss ich das korrekte passwort finden das geht mit der klasse script properties get property und das habe ich ja gerade password genannt und dann gebe ich einfach den boolean zurück der sagt correct password ist gleich das password das heißt es genau dann war wenn die passwörter übereinstimmen in unserer javascript datei gehe ich jetzt in die funktionen login klick die wird ja aufgerufen wenn ich auf den login button klicke tatsächlich wird es dann so sein dass die passwort abfrage ein bisschen länger dauert deswegen lege ich auch den text als login pünktchen pünktchen fest damit man sozusagen sieht okay da wird gerade was gemacht und entsprechend muss ich hier wenn das passwort falsch eingegeben worden ist also oder wenn der test falsch war setze ich das wieder auf den normalen wert oder den normalen text und und anstelle der passwort abfrage fühle ich jetzt also die funktion auf script.run check password mit dem passwort input was wir umdefiniert haben und davon den wert so wenn das erfolgreich war habe ich also eine boolean variabel und die übergebe ich jetzt an eine funktion hier im javascript die ich noch schreiben muss nehmen wir die mal login check das heißt und diese funktion die hat jetzt also als argument dieses boolean das sagt gerade aus ob die passwörter gleich sind und da können wir jetzt im also wir sagen wir setzen halt aber diese abfrage hier einfach durch das entsprechende boolean so und das können wir jetzt mal testen ok das hat schon mal funktioniert man sieht auch dass es tatsächlich ein bisschen länger dauert das ist uploadformular erscheint nicht mehr so ruckzuck sondern es muss erst eine anfrage an google gesendet werden letztendlich wird dieses skript geöffnet durch diese html datei dann wird geschaut was sind die projekteigenschaften das steht alles in dieser funktion hier drin dann wird das wieder zurück gesendet an die javascript datei die antwort und deswegen kommt es halt zu dieser verzögerung hier wenn ich jetzt mal ein falsches passel eingebe steht das entsprechend und der login button verliert auch wieder die pünktchen so dass es wieder so aussieht als ob ich wieder etwas neues eingehen kann genau so soll es ja sein ach so und ja man darf das passwort sagen wir mal fünf mal maximal oder höchstens vier mal eingeben bei fünf mal wird es dann halt gesperrt wenn ich jetzt mal in die projekte ich lege das passwort mal wieder als elefantenmensch fest also als test ist ein sehr guter film von david lynch übrigens so speichere das und aktualisieren und jetzt gehe ich mal hier in den quellcode rein und suche elefantenmensch dann finde ich nichts das heißt naja die offensichtlichste variante das passwort auszulesen geht schon mal nicht und meiner ansicht nach kann es auch nicht funktionieren ohne dass man zugriff auf das google konto hat und wenn man zugriff auf das google konto hat dann hat man eh alles sozusagen also alle daten und so in dem jeweiligen unternehmen insofern ist das schon sicher wenn man das so macht jetzt noch eine kleinigkeit aufgefallen wenn man das passwort falsch eingibt dann gibt es hier unten die ansage wenn man das jetzt aber richtig eingibt dann bleibt das hier noch stehen das ist natürlich falsch das heißt hier wenn unsere passwörter gleich sind schreiben wir als info einfach den leeren string und dann verschwindet die entsprechende ansage hier so und der letzte schritt besteht jetzt letztendlich daran dieses projekt zu veröffentlichen zurzeit ist es so das sieht man auch an diesem kürzel das ist nur die entwickler ansicht und das wird auch nicht in einem inkognito fenster funktionieren also insbesondere nicht für andere nutzer und nutzer hin und um das zu machen gehe ich hier auf veröffentlichen im skript als webapp einrichten was ich ja schon ganz am anfang einmal gemacht habe und ich muss hier neu auswählen execute as me das ist richtig das bedeutet dass das in meinem google drive account ja passiert und sonst würden ja die ids auch alle gar nicht klappen und jetzt stelle ich auch tatsächlich an dass das jeder und jede person nutzen kann und dann habe ich einen neuen link und den kann ich jetzt wirklich auch in einem privaten fenster testen also man stellt sich vor das ist jetzt so ein fotograf der bekommt das hier der braucht jetzt natürlich muss das passwort kennen wenn das falsch eingibt bekommt da entsprechende ansage wenn es richtig ist wird das upload formular geöffnet und jetzt mache ich mal das beispiel was ich schon ganz am anfang gezeigt hatte jamie hendricks at woodstock diese drei bilder hier die lade ich hoch dann wird das formular gesperrt das sieht man an dieser grauen farbgebung hier auch dann habe ich eine status anzeige und wenn alle fotos fertig hochgeladen worden sind dann sieht jetzt der oder die erstellerin dieses skript das in dem google drive also hier wurden ordner stellt und alle fotos sind entsprechend auch ihrer ursprünglichen namen vorhanden was man jetzt hier noch so als sahnehäubchen machen kann ist eine benachrichtigung weil ich möchte natürlich nicht immer meinen google drive checken ob da irgendwelche neuen ordner sind und ich möchte auch nicht dass die leute die mir fotos schicken mich noch mal gesondert darauf hinweisen müssen oder so das sollte halt das krit einfach automatisch erledigen und dafür verwenden wir die gmail app die wir schon in dem vorigen tutorial gesehen haben das heißt wir schreiben gleich eine funktion send info mail und wir brauchen dafür den namen und die anzahl der fotos sagen wir mal also man könnte natürlich jetzt auch noch zb das konzert da reinschreiben das machen jetzt nicht und ja das habe ich hier schon mal gemacht send info mail name und number dann muss ich substract recipient und buddy festlegen substract ist also die betreffzeile recipient ist die adresse an die das geschickt wird in diesem fall wird es auch von derselben adresse aus geschickt weil das ja das gmail konto ist über das was hier läuft und buddy ist halt einfach der inhalt der e mail letztendlich und da benutze ich die gmail app mit der methode send e mail mit den entsprechenden variablen so und ich muss das jetzt einmal testen glaube ich also der punkt ist nämlich ich muss einmal dem skript überhaupt sagen dass er auf e mail zugriff haben darf das heißt ich mache eine testfunktion mein test und sag einfach send info mail mit irgendwas macht ist egal und genau und die führe ich jetzt aus und dann kommt genau diese autorisierung frage und da muss ich jetzt einmal sagen dass das skript das alles darf hier das ist neu dazu gekommen diese berechtigung mit gmail wenn ich jetzt in mein mail owner gehe hier kommen die ganzen sicherheitswarnungen dass diese autorisierung vorgenommen worden sind und hier ist die e mail die könnte ich jetzt natürlich noch ausschmücken und so weiter aber darum geht es hier nicht und ja den rest habe ich ja schon geschrieben hier im skript die send info mail funktion und auch hier dass die aufgerufen wird mit google script run also ich habe ja auch schon dateien ausgewählt und das alles ausgefüllt und wenn der upload vollständig ist sollte nicht nur ein ordner stellt werden sein sondern auch eine entsprechende mail an mich geschickt worden sein und da sind neue upload und da steht wer und wie viele fotos er oder sie hochgeladen hat so ein habe ich noch es gibt ja auch google formulare das ist wirklich sehr nützlich um formulare in ja wirklich nullkommanix zu erstellen das wäre eine alternative also ich schreibe das hier mal ein bisschen man kann jetzt zum beispiel multiple choice fragen ganz einfach einfügen oder einfach so texte die man hier eingibt und dann kann man das übersenden an die leute schicken die das bekommen sollen oder einfach externen link erstellen was ich eigentlich nur erwähnen wollte das steht hier auch man braucht tatsächlich einen google account um hier einen upload zuzulassen und was auch interessant ist und deswegen hatte ich das auch programmiert dieses formular eigentlich ursprünglich für meine arbeit damals konnte man wirklich nur eine datei über google formulare hochladen und jetzt sind es offenbar beliebig viele also ich mache das hier mal zu ende kann man auch den datei typ festlegen und man kann ja auch tatsächlich auch nur maximal zehn dateien hochladen also wie gesagt früher waren es sogar nur eine datei und genau wenn ich jetzt auf senden drücke kann ich hier auf den link gehen kann ich das verkürzen und wenn ich jetzt nur ein inkognito fenster bin dann funktioniert das nicht also dann brauche ich wirklich ein google account wenn ich einen habe zum beispiel jetzt in diesem fall mein eigener dann wird hier auch direkt gesagt dass mein google account direkt übertragen wird bei diesem formular wenn ich es abschicke und hier kann ich dann halt dateien auswählen also das coole ist an google formularen das ist halt ein sehr robustes paket sozusagen also da sind ja auch profis dahinter die dieses system letztendlich pflegen und es ist in nullkommanden nichts zusammengeklickt so ein formular also sei es zum beispiel für feedback oder alles mögliche was man halt kollegen zum beispiel im arbeitskontext fragen möchte aber letztendlich das funa was wir gemacht haben das geht noch ein bisschen weiter weil man halt auch mehrere dateien hochladen kann und weil man auch ja nicht ein google account braucht um das nutzen zu können so das war es soweit zu diesem tutorial ich hoffe ich habe alles einigermaßen gut erklären können wenn nicht könnt ihr mal in die kommentare schreiben wenn irgendwas unklar geblieben ist oder wünsche äußern ich habe vor in den nächsten videos mal wieder zu browser games zurückzukehren und das heißt dass es jetzt erst mal das letzte video zum thema google apps gibt vorerst zumindest und ja schaut doch mal wieder rein bis dann ciao